Was geht Leute, Hamburger Angst, das hier! Und herzlich willkommen zu einem neuen Mitglied! Ähm, ja, als die Hame kann, aber ich denke, du sollst dich mal am besten selber vorstellen etwas. Vielen Dank, Kevin. Erstmal vorweg. Nein, also wie gesagt, er hat es ja gerade mehr oder weniger schon erwähnt, im Normalfall kursiere ich, sag ich mal, durch YouTube als die Hame. Habe mich jetzt, beziehungsweise bin, ähm, ja, in den letzten Tagen viel mit Kevin in Kontakt gewesen, haben uns dann über manche Dinge unterhalten und dementsprechend sitze ich heute nach der Arbeit Samstagabend auf diesem Stuhl und bin jetzt mehr oder weniger scheinbar zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr das Video seht, ein Mitglied von den Hamburger Young Stars. Läuft ab wie bei Danny, hoffe ich doch, dass ich weiter meinen Kanal problemlos führen kann und dass dann in ferner Zukunft viele schöne, tolle, interessante Videos auf euch zukommen. Oder nicht, Kevin? Ja, doch, also, ja, wie er schon gesagt hat, wir wollten uns eben halt auch erweitern. Er ist jetzt, Veit ist gleich wieder alle Comboa, er ist doch kein Skiller oder so, wir wollten uns ein bisschen in FIFA ausweiten und da passt Daniel einfach perfekt rein und er ist auf unserem Kanal auch nicht die Haaren, sondern Daniel von den Hamburger Young Stars, genau dasselbe gezählt wäre wie bei Danny damals und er wird auch, denke ich, nicht 100% Skills anbringen, sondern seinen Spielstil euch präsentieren und auch Dortmund Serien machen. Also, freut euch schon mal drauf und seid gespannt. Eure Hamburger Young Stars Daniel und Kevin sind raus und ciao. Haut da rein, haut da rein.